Der Regensteiner Brunnengeist Bei Blankenburg auf dem Regenstein wurde einst eine mächtige Burg errichtet, deren Ruinen man bis heute bestaunen kann. Auf der Burg lebten einst Ritter, die ihr Geschlecht dem Gestein nach Regenstein nannten. Die Ritter entwickelten sich zu einem gefürchteten Grafengeschlecht, das weit über die Region hinaus bekannt wurde. Einer der Nachfahren, Friedrich, hatte jedoch das Unglück, keine Kinder bekommen zu haben, und sein Erbe war somit in Gefahr. Aus Verzweiflung keinen Sohn zu haben, der die Familienlinie weiterführt, war dem Paar jeder Rat recht. So suchten sie den Burgbrunnen auf. In dessen Untiefen nämlich lebte der Geist eines Urahnen, welcher hin und wieder um einen Rat gebeten wurde. Also befragten Friedrich und seine Frau den Brunnengeist, was sie nun zu tun haben, um ihr Grafengeschlecht doch noch vor dem Aussterben zu bewahren. Um Mitternacht erschien der Geist und machte den beiden gute Hoffnungen. Euer Wunsch wird in Erfüllung gehen, ihr werdet einen Sohn gebären. Daraufhin fragte der Graf bedrückt, ob denn für den Geist keine Erlösung in Aussicht sei. Mit starrem Blick in seinen Augen antwortete der Geist, dass er erlöst werde, wenn der Regenstein in Trümmern liege. Da tat der Geist dem Grafen noch mehr leid, denn dass diese kolossale Felsenburg einmal in Trümmern liegen würde, hielt er für unwahrscheinlich. Die Vorhersage des Geistes fand jedoch bald seine Erfüllung und die Frau des Grafen gebar einen gesunden, kräftigen Burschen namens Konrad. Noch im darauf folgenden Jahr bekam Konrad einen Bruder. Dieser wurde auf den Namen Helmold getauft. Doch bei der Geburt des zweiten Kindes erschien der Brunnengeist und verkündete, »Dieses Kind wird meine Erlösung sein, zu dem er meinen Namen führt.« So eröffnete sich, dass es sich bei dem Geist um jenen schrecklichen Urahnen Helmold vom Regenstein handelte. Und für wahr, der letztgeborene Helmold war alles andere als ein lieber Knabe. Jegliche Erziehung schlug bei ihm fehl, und als er das nötige Alter hatte, verließ er seine Eltern und die Borg, um als Räuberhauptmann seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach dem Tod seiner Eltern verlangte Helmold bei seinem Bruder seinen Erbanteil. Dieser verweigerte es ihm jedoch. Und so kam es dazu, dass der Räuberhauptmann mit seinem Gefolge die Burg eroberte. Nun konnte er sich seinen Erbteil nehmen. Daraufhin vertrugen sich beide Brüder wieder, und Helmold überredete Konrad, ihm bei seinen räuberischen Schandtaten Hilfe zu leisten. So wurde der Regenstein zur Raubritterburg. Als dem Herzog von Braunschweig das Treiben um und auf der Burg zugetragen wurde, entschied dieser, sich dem Ganzen ein Ende zu setzen, und belagerte die Burg. Nach der Einnahme zerstörte er alles, was dort nicht aus Fels bestand. So stieg der Geist ein letztes Mal aus dem Brunnen und wurde durch die Zerstörung erlöst. So stieg der Geist ein letztes Mal aus dem Brunnen und wurde durch die Zerstörung erlöst.